Setze Teleportwunder ein, um einen Reiseweg zu verkürzen. Und da sind wir wieder zurück. Unsere Pyramide. Was? Unser Tempel hat sich aufgebaut auf magische Weise. Ach genau, wir haben gerade das Wunder gebaut. Moment, jetzt mal gucken. Optionen. Maximal Details. Okay, wir haben schon. Gut. Zurück. Spiel fortsetzen. Okay. Was können wir tun? Ach genau, unsere Kreatur war fett. Ich erinnere mich. Und sie muss mal aufs Klo. Ihr braucht also Wohnhäuser. Nahrung haben wir viel. Das ist gut. Strukturelementar. Ich spende euch mal ein bisschen Holz. Eigentlich hätte es gleich zu dem... Okay, die müssen wieder ein bisschen mehr wundern. Genug Nahrung haben sie noch. Die Kinder. Strukturelementar. Hier, bau du mal ein bisschen. Weißt du, eigentlich ist es doof, dass ich das hier drüben mache. Also, dass ich das Holz von uns nehme, weil... Nicht das Holz, die Baugerüste. Weil... Vergrößere deine Macht, indem du die Dörfer von Letis beeindruckst. Dankeschön. Ich nehme das mal mit, ne? So. Ist auch schön, dass ihr sofort merkt, dass wir in unserem Dorf jetzt wieder bauen. Drehe dich noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich möchte nicht, dass der Eingang genau im Felsen ist. So. Okay, was macht die Kreatur? Sie trägt ihren Ball. Okay. Das ist erstmal akzeptiert. Die beten schön. Die müssen... Lass doppelklicken, damit sie läuft. Ja. Wie konnte man denn gleich die... die Reisepunkte setzen? War das Steuerung und die Zahl? Ah, ja. Dann machen wir hier mal eins hin. Also, ein Schnellreise-Ding. Und wir machen mal da drüben zu ihm eins. Huh? Nein. Falsche Taste gedrückt. Ich hab F2 gedrückt. Oh, er produziert gerade. Ich nehm mir das mal, ne? Dankeschön. So, und jetzt, wenn ich auf eins drücke, kommen wir gleich dahin. Das ist... Also, zu unserem Dorf. Das ist sehr schön. Sehr komfortabel. Strukturelementar. So, da spende ich hier mal ein bisschen Holz. Freut euch alle. Hier braucht man noch... Ähm. Gut, bitte. Nein, die Kreatur soll doch nicht noch mehr Hunger haben. Wo ist die? Was war da? Hm, Getreide. Hör auf an, dauernd zu fressen. Es ist voll... Wirklich voll schwer, die zu erziehen. Warum liegt überall Getreide rum? So. Okay. Ich hab das Gefühl, unsere Kreatur wird unglaublich fett werden. Mal kurz warten, bis das Wunder aufgeladen ist. Und dann einmal hier spenden. Machen wir doch schon. Die Kinder müssen mehr beten. Kinder, betet mehr. Hey, da ist ein Erwachsener. So, das bauen die schon schön. Das ist gut. Da brauchen sie noch Holz. Schau gut hin, Kreatur. Vielleicht minzt ihr dabei ein bisschen ab. Beim Zugucken. Fettkloß. Okay, ich würde sagen... Wir... Warten, bis das wieder aufgeladen ist. Nehmt die Kreatur schon mal an die Leine. Kreatur, komm mit. Wir müssen die hier ja noch beeindrucken. Füllhorn. So, mal warten, bis der hier ist. Das dauert ja nur ein Stück. Wir brauchen nicht mehr so viel Glauben. Unser Glauben... Also unser Zeichen flackert schon auf der Hand fast. Das wird noch. So, Kreatur. Guck her. Was trägt er da schon wieder mit sich rum? Was hast du da in der Hand? Guck! Lauf mal hier her. Unglaublich! Beeindruckt die mal ein bisschen. Wie viel braucht man noch? 52. Mein Gott! Darf er noch da hin? Ich glaube, jetzt haben sich aber schon alle gesehen, oder? Außer die da unten. Ne, bringt irgendwie nichts mehr. Gut, dann... Binde ich dich mal kurz hier an. Hol nochmal ein... ...laufen Wohnhäuser. Strukturelementar. Holzwunderer oder Strukturelementar, wie auch immer. Einmal die Sicht drehen, Kreatur, schön herkommen. Guck hin. Guck. Immer noch nicht gereicht. Nochmal festbinden. Die armen Menschen da oben müssen so viel glauben. Dabei bräuchten wir jetzt Holz genauso dringend. Wir haben die ganzen Wald hier schon abgerodet. So. Kreatur. Guck her. Vor allem Guck. Guck her. Oh ja, wir haben schon zwei Dörfer. Ja, wir haben uns jetzt genug da rumgedreht. Können wir weitermachen? Oh ja, wir haben schon zwei Dörfer. Komm, noch irgendwas? Ah. Du hast wenig Zeit. Du musst dein Reich in Richtung unseres gemeinsamen Feindes ausweiten. Ja, ja. Lass mir mal noch... Mach mal keinen Blick. Ich rate dir dringend, diese Stadt zu bekehren. Bevor ich dich nun verlasse, um ein Reich zu verteidigen, muss ich dir noch etwas sagen. Hm. Sag's mir. Das weiß ich schon. Das weiß ich schon. Dennoch gibt es einen Weg, die Macht des Glaubens zu nutzen. Meine Kreatur. Du kannst die Grenzen deines Reiches für kurze Zeit überschreiten. Mhm. Doch dein Einfluss schwindet, bis deine Hand in dein Reich zurückkehrt. Okay. Das wusste ich schon. Kreatur. Weißt du, was es mit dem Lagerhaus auf sich hat? Wusste der das nicht schon? Die sollen mir beeindrucken. Das mache ich später. Kreatur. Hör auf an dauernd. Falsche Taste. Was hast du gefressen? Hör auf immer zu fressen. Nein. Warum hat der eigentlich das Flauschel-Dings dran? Hallo, Glühwürmchen. So. Die glauben schön, das ist gut. Dann können sie ja mal ein Holzwunder spenden. Wir haben bald kein Holz mehr. Ich weiß. Ich bin mir des Holzproblems durchaus bewusst. Strukturelementar. Wir bräuchten ein Dorf. Was ist das? Hallo? Wunsch nach öffentlichen Bauten. Wir bauen ja gerade was öffentliches. Es dauert nur ein Stück. Ähm, wir bräuchten ein Dorf, was wirklich viel Holz hat. Und das ist nicht dieses Dorf. Die haben auch kaum Holz. Das hier vergrößere ich auch nicht so groß. Also so viel. Ich lass die hier einfach weiterleben. Ich geb den hier ein bisschen Baum. Da schläft die Kreatur. Ein bisschen Baum und sag denen hier, komm mal raus. Ich sag denen hier, die werden jetzt Bauern, damit die genug Nahrung haben. Das weiß ich doch. Aktionstaste. So. Und dann versuche ich jetzt mal hier, Wohnhäuser, Holz, noch irgendein Wunsch. Geht mal beten, dann bring ich ein bisschen Nahrung mit. Die bringen auch selbst so ein bisschen Nahrung nach oben, sehe ich gerade. Die rennen alle zum Lager und dann erst nach oben. So, ihr betet jetzt mal toll. Mann, war das laut. Ich spende einfach mal ein bisschen. Ich weiß, das waren jetzt alles Kinder. Tut mir leid. Aber so kann ich ein bisschen Holz für das Dorf holen. Als erstes kommen zum Beten, glaube ich, die nach oben, die keine Arbeit haben. Kann das sein? Ich bin mir nicht sicher, das ist eine vage Vermutung von mir. Aber es scheint mir fast so. Ja, Wohnhäuser. Schlaf doch unterm Baum. Ach ne, wir haben ja keine mehr. Hier noch ein bisschen spenden. Wir gucken mal bei unserem Freund vorbei, ob der Holz hat. Ja, gib du mir erstmal ein bisschen Holz, dann helfe ich dir. Sieht hier aus. Vergrößere deine Macht, indem du die Dörfer von Letis beeindruckst. Na, du süßes Kölnchen. Ist die süß. Finde ich immer noch niedlich. So, und das da. Wem gehört das Dorf? Niemanden. Gut, auch wenn es mir später dann, wenn ich es mal habe, dann Probleme bereiten würde. Ich nehme jetzt mal das Holz mit. Und gehe hierher. So. Jetzt jammern die zumindest schon mal nicht mehr rum. Ah, da haben sie jetzt das andere für das andere Dorf fertig gebaut. Aber die haben ja nur dieses merkwürdige Heilwunder. Oder was ist denn das? Warte. Ja, Heilungswunder, das braucht man ja eigentlich nicht. Also. Ich meine, wir als größer Gott brauchen das jetzt nicht unbedingt so dringend, dass ich jetzt sagen müsste, los schickt die nach oben. Strukturelemental. Zum Beten. So, hier füllen wir jetzt mal ein bisschen auf. Das ging nicht so gut. Strukturelemental. Wenn dann die Bäume da wirklich alle endgültig abgeerntet sind, gehen die dann noch weiter weg zum Baum holen. Saat der Existenz. So, Saat der Existenz. Ich halte mich mal hier fest, ich will mich nicht mitdrehen. Ich lass das hier jetzt einfach mal entstehen. Tolle Musik, da fliegen Schmetterlinge rum. So, die sollen jetzt mal nicht mehr rumheulen mit ihren Wohnhäusern. Nein, das wollte ich gar nicht. Weg damit. Ich möchte nicht, dass ihr das hier fertig baut. Das nehme ich mir jetzt hier noch aus dem Lager und dann schicke ich wieder welche runter vom Beet, vom Beet Schrein, damit es endlich fertig wird. Ich halte mich jetzt mal. Ich halte mich mal. Das war jetzt mal.